Gute Rede. So viel Familien sind, hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ich bin ja nicht in Königsbrung geblieben, um ständig Grabenkämpfer auszufechten. Bei den Gremiumssitzungen geht es um den Erhalt der Firma und nicht um persönliche Eitelkeiten. Stimmt, die können wir noch in Anruhe pflegen, wenn wir unsere Projekte durchgeboxt haben. Gratuliere. Danke. Und danke für deine Stimme. Sieh zu, dass Therese ihren Klepper als Erste durchs Ziel bringt. Dann kannst du dich beim nächsten Mal bei mir revanchieren. Justus, bringen Sie mir noch bitte meinen Mantel. Sehr wohl, Kopfladenstein. Papas Lieblinge haben mal wieder geglänzt vor der Familie.